So, da sind wir wieder mit Eko. Ich habe gerade eine Aufnahme gemacht. Schöne 17 Minuten, nur für euch. Und dann habe ich gemerkt, das Bild ist verrutscht. Das heißt, es wäre nur eine halbe Folge. Also vom Bild her. Und das kann ich euch nicht antun. Wir haben... Also ich habe den Blast-Firm jetzt gestellt, weil er fertig war. Dann haben wir unseren ersten Zement gemacht. Und haben dann oben noch ein paar Steine in den Blast-Firmes gemacht. Damit wir noch mehr haben. Also noch mehr Zement. Und wir sind gerade dabei, irgendwas anderes zu bauen, wofür man Stahl brauchte. Dann haben wir Lamba gemacht und Kohle. Also die gute Holzkohle. Und wir sind dabei... Achja, den Industrial Cutter zu machen. Dafür brauchen wir noch ein bisschen Eisen. Und halt... ...Diode Zement. Können wir gleich mal auffüllen hier. So. Dann brauchen wir jetzt nur noch das Eisen. Dafür haben wir leider nichts mehr auf Lager. Also müssen wir das dann so machen. Aber erstmal holen wir jetzt die Karre wieder raus. Das kann wieder totales Ding werden. Mal sehen. Wie super das funktioniert. Oh, das ist mal platt. So. Hier machen wir dann auch noch... Oder wir lassen das frech. So. Können wir hier noch Kisten hinstellen. Oh, das haben wir auch noch nicht platt gemacht. Jetzt werden wir das kurz mal nachholen. Oh, wir müssen auch wieder essen. So. Einmal hier hoch. Ja und sonst ist eigentlich gar nicht so viel passiert. Wir haben halt... Zwei Bäume gefällt. Die wieder mal nicht funktioniert haben. Wie immer. Ach, was ein Zufall. Ich hoffe sie ist gut vorgefällt. Ja, 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 das ist gut. Komm schon. Perfekt. Dann fahren wir hier kurz hoch. Oh nein, sie hat vergessen, dass sie hier fahren kann. Was passiert, wenn man den Server neu gestartet und die Karre stehen lässt? Hm. Wie sehen wir denn Erde? Ich wollte keine Erde. Ich wollte die Steine. Fack die mal nach vorne. Nein. So. Die können wir dann gleich hier reinschmeißen. Das ist ja doof. Dann muss ich ja erst die Erde wieder raus machen. Oh nein. Ist das Erde? Ist das Stein? Ach, hier ist nur Stein drinnen. Ist gut. Dann bleibst du da drinnen. Ja. Ja, war da halt ein bisschen für den Arsch. Aber. Soll uns nicht weiter stören. Wir machen das normalen schön. So, das ist Erde. Ah, die muss raus theoretisch. Wo wir hier echt wieder Erde hinschütten. Ich bin froh, dass die hier weg ist. Aber bis wir die Einzelnen bis nach hinten hingebracht haben, können wir hier schnell einen Haufen hin machen und den schaffen wir dann wieder weg. Ja, sowas kann halt passieren. Mit dem neuen, also mit 5.4 ist das schon nicht mehr so, dass es beim Server Neustart sowas mit der Karte passiert, wenn du das vergisst. Na. Aber damit müssen wir jetzt leben. Es gibt Schlimmeres. Kann ja nichts drauf packen. Bestimmt wegen den Seeds, die da noch liegen. So, wir müssen essen. Hm, was nehmen wir denn heute mal? Was brauchen wir mehr? Mehr Fett. Also gibt's heute Würstchen. Dann noch ein paar Bärchen dazu. So. Ja, und sonst ist eigentlich, wie gesagt, nicht viel passiert. Wir brauchen halt die Circles, die wir, denke ich mal, mit dem Cutter machen können. Für das Expert Skill Book. Sag mal, wann ist das denn hier alle? Weil ohne das Expert Skill Book können wir kein Industry Skill Book machen. Und das ist ja irgendwie unser Ziel. Na endlich. Scheiß Karre. Hm, stellen wir? Ja, wir stellen die gleich hier hin. Wir nehmen die Erde wieder mit. Auch wenn wir eigentlich erst Eisen holen sollten. Ich will hier nicht so einen Erdklumpen liegen haben. Ist irgendwie nicht so cool. Ja, sonst gibt's nichts viel Neues. Heute ist Sniper Elite mit rausgekommen. Sowohl bei Steam als auch bei mir auf dem Kanal. Ihr könnt ja mal reingucken, wenn ihr Bock drauf habt. Wenn nicht, lasst es. Bei einem Sniper Elite werden heute drei Folgen kommen. Und zwar immer mit einer anderen zusammen. Also wenn Faible kommt, kommt die erste Sniper Elite. Bei Echo kommt die zweite. Und bei Rising World halt die dritte. Und ab morgen werde ich's dann irgendwo mit einbauen. Aber ich weiß noch nicht wo. Gut, dass wir Erde dabei haben. Das wollte ich zwar nicht, aber so geht's auch. Kann ich das daneben mal auffüllen. Mal hier vorne auch gleich noch was hin. Muss ja sowieso früher oder später gemacht werden. Nein. So. Jetzt hab ich natürlich vollkommen die Zeit verpasst. Das heißt, ihr habt eventuell ne kürzere oder längere Aufnahme. Je nachdem, wie es das Glück mit euch meint. Warum gehen wir eigentlich herunter? Dann, wir halten mal hier an. Machen die rastliche Erde weg. Wir brauchen doch Eisen. Nicht Sand. Na. Wunderschön. Und ich muss sagen, wir kommen in näherer Zukunft bei Rising World besser vorwärts. Also, es ist mit mir nur noch stupides Gehacke. Passiert auch ein bisschen mehr. So. Ich glaub, die Karre ist leer. Das heißt, wir fahren jetzt Eisen holen. Nichts. Wunderschön. Dann fährst du von hier vorne mit. Alle drinnen damit. So. Man braucht noch so viel Eisen, ne? Aber erstmal müssen wir jetzt halt den Cutter bauen. Ah, hab ich zwei Erfolgen aufgenommen, nur um eine zu haben. Wunderbar. Also, dass ich so ein verdammtes Genie bin. Hallo. Na, komm. Achja, wer hat das Graben nicht vermisst? Ich meine, da gibt's was besseres. Graben. Meine Hallung, das ist doch die Erfüllung eines jeden Traums. Übrigens haben wir gute Musik. Achja, und das ist ja die erste Eco-Folge mit einem neuen Mikro. So, sollte man eigentlich gleich voll sein mit der Karre. Hoffe ich. Wie gesagt, zur 5.5 wechseln bei Eco werde ich dann schnell ein Haus bauen. Das mache ich dann ein bisschen abgekürzt, weil ich euch das nicht nochmal antun will. So, dass wir so eine Grundlage haben. Ich baue das halt so weit, wie wir momentan sind. Also, wenn dann irgendwann die 5.5 erscheint. Und ja. Und dann machen wir einfach so einen schnellen Wechsel. Ich suche dann keinem weh. Ihr müsst nicht lange warten, damit ich wieder irgendwas aufbaue. Aber wir werden es dann einfach haben. Ich habe lange überlegt, ob wir das halt nochmal neu machen. Also, das war komplett neu anfangen. Also, ich persönlich werde halt neu anfangen. Aber ich werde mir schnell ein paar Items geben. Ein Haus bauen. Und dann soll es dann reichen. Wir werden da auch nichts Schönes großartig machen. Da werden wir dann eher auf das Effektive kommen. Da hat man erstmal ein doppeltes Ende von dem Lied. Auch schön. Jetzt kommen wir nach dem Haus näher. Ich fange wieder an zu lenken. Ich weiß nur noch nicht, ob das wegen dem Haus kommt. Oder weil da hinten irgendwas ist, was extrem lädt. Ach, wo bin ich denn jetzt zu nah dran? Was hast du denn? Hier. Das ist dein Problem bestimmt. Ich kenne dich doch. Ja, gut. Immer an dieser verkackten Stelle, wo das Haus lädt. Oder was auch immer lädt. Ich hasse dich. Kommt hier noch was hin. So, dürfen wir dann jetzt. Danke. So gütig. So, dann fahren wir das gleich hier oben hin. Dann können wir hier parken. Und dann, ups, muss ich, äh, muss ich. Darf ich diesmal nicht vergessen, die Karre einzupacken. Wenn ich den Server ausmache. Dann stehen wir da das nächste Mal wieder. Na, jetzt ist die Karre noch leer. Und dann machen wir Eisen. Das lasse ich dann bis zum nächsten Part durchlaufen. Dann mach ich den Server aus. Und dann geht's morgen an die nächste Folge. Ah, wir hatten ja Reba gemacht. So, und da wir auch Holzkohle gemacht haben, können wir die jetzt gleich reinpacken. Holzkohle, ups, ist super. Weil man kann die einfach auf 100 Decken. Na, auf damit. Das Reba brauchen wir für den Stahlbeton. Und das brauchen wir auch für irgendwas. Ich glaube für das nächste Skillbuch. Aber das gucken wir uns alles in den nächsten Parts an. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bewerten nicht vergessen. Und tschüss.